Ja Leute, was geht und willkommen zu dem kleinen Video. Ja, ein Video zu Artikel 13, nämlich es gibt Spontan-Demos und über die möchte ich uns kurz berichten. Die sind heute am 5. Dienstag, den 5. Dritten in Berlin, Köln, Frankfurt, Münzen und Stuttgart. Morgen am 6. Dritten in Hannover und am 9. Dritten in Magdeburg. Und ich werde heute am Dienstag, den 5. Dritten zusammen mit ein paar Kollegen um 18 Uhr beginnt die Demo in Münzen und ich werde dort anwesend sein. Die Demo in Münzen ist eben am 5. Dritten, 18 Uhr am Königsplatz. Ich werde dort sein, demonstrieren und das Ganze auch live streamen. So wenn es zu Letterverhältnissen geht, dass ihr eben die aktuellen Bilder und Informationen von der Messe bekommt. Und ich werde das Ganze gesakulieren, eben live streamen, keine Ahnung wie gut das funktioniert und werde auf jeden Fall da sein. Und mein Appell an euch, wenn ihr in der Nähe von Berlin, Köln, Frankfurt, Münzen oder Stuttgart wohnt, dann geht heute Abend um 18 Uhr demonstrieren für freies Internet, wie wir es wollen. Ganz kurz noch zu Demo in Münzen, weil da bin ich eben anwesend. Die beginnt eben heute am 5. Dritten um 18 Uhr. Am Königsplatz. Das ist, wenn man vom Hoppernhof kommt, da ganz in der Nähe. Da werde ich, wie gesagt, anwesend sein und alle, die in der Nähe von Münzen wohnen, kommt auch dazu. Ich meine, natürlich, die Demo ist es nicht erst dran, dazu, da aus Hushauer zu treffen und die großen Fantreffen zu machen, um Gottes Willen, ist bei meiner großen aber auch eh irrelevant. Aber trotzdem, den Appell, alles Hushauer, die in der Nähe von Münzen wohnen, kommt zur Münster-Demo oder wenn ihr in der Nähe von Berlin, Köln oder Frankfurt wohnt, kommt zur jeweiligen Demo und demonstriert gegen Artikel 13. Und zwar wird es da genauer gesagt darüber demonstriert, weil eigentlich es gibt eine europaweite Demo am 33. März, aber es wird jetzt am Donnerstag darüber bestimmt, ob das nicht so aus dem Vorfall verlegt wird um eine Woche. Die, ähm, Erzeitung über Artikel 13 und das wäre dann halt vor der europaweiten Demo am 33. März. Deshalb gibt es diese ganzen kurzfristigen Spontan-Demos und ist wert, da heute definitiv, ähm, Münzen sei denn ab 18 Uhr. Genau, es hat uns auf dem laufenden Mobile erst, wie gesagt, zu streamen später. Alle anderen Streams heute fallen dann aus, ich muss mich jetzt komplett vorbereiten, äh, muss mal schauen, wie das dann funktioniert. Wir sehen uns später, hau's rein!